Wenn du dein Leben maximal genießen willst, dann musst du jeden Tag in Feierlaune sein. Die meisten Menschen lieben und feiern ihre Geburtstage, freuen sich drauf, weil sie wissen, dass sie beschenkt werden, dass sie beglückwünscht werden, dass sie mit lieben Menschen den Tag verbringen und Spaß dabei haben, gut essen, gut trinken. Und ich habe mich gefragt, warum soll man seinen Geburtstag so einen Tag nur einmal im Jahr feiern oder an bestimmten Feiertagen? Du kannst es ja auch jeden Tag machen, jeden Tag dein Leben genießen, egal was draußen los ist, egal ob es dein Geburtstag ist oder nicht, denn ich finde, jeder Mensch hat das Recht, in Freiheit zu leben, in Glück zu leben und in Freude zu leben. Und lass uns in diesem Video doch einfach darüber reden, wie wir es schaffen, mehr im Leben zu feiern. Du kriegst eine simple Anleitung, wie du es täglich schaffst und bleib doch gerne bis zum Ende dran, denn dann gibt es ein besonderes Geschenk von mir. Und zur Einstimmung bitte ich dich, schreib doch gerne in die Kommentare. Ich bin heute in Feierlaune. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Coach und begleite Menschen in ihrer Freiheit und zu mehr Lebensfreude. Ja, heute reden wir über das Thema Feiern, über das Thema Geburtstag. Warum machen wir das? Erstens hatte ich vor kurzem Geburtstag und zweitens ist auch vor ein paar Tagen meine Nichte geboren worden. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich doch mal ein Video darüber, warum wir uns nur an bestimmten Tagen feiern. Und ja, stell dir doch mal vor, was wäre, wenn wir denn jeden Tag in dieser Feierlaune wären? Was wäre, wenn wir jeden Tag aufstehen und uns sagen, heute ist wieder ein Tag, mit dem ich maximal viel Spaß habe, in dem ich in die Lebensfreude komme? Und zu ganz zu Beginn würde ich mal sagen, schauen wir uns doch mal dieses Wort Geburtstag an. Was heißt eigentlich Geburtstag? Geburtstag heißt ja nichts anderes eigentlich als Entstehung, als die Feier des Lebens zu genießen und das Leben auch zu feiern. Deswegen, Geburtstag kann ja auch die Geburt sein von was Neuem, von einer neuen Idee. Und wenn wir uns da mal drauf, auf dieses Wort Idee auch kurz konzentrieren, denn Idee ist ja nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Gedanken. Sprich, alles was ich denke, wird ja irgendwann mal wahr werden. Ob ich es bewusst mache oder nicht, das ist dir überlassen. Jedenfalls denken wir in Bildern und wenn wir uns zum Thema Geburtstag zum Beispiel uns vorstellen, ah, ja, ich habe Geburtstag, ich sehe auch das Datum in meinem Kopf, zum Beispiel, ja, in meinem Fall ist der 20. Januar, dann sage ich, am 20. Januar weiß ich, dass ich einen guten Tag verbringen werde, weil mich mit Menschen kontaktieren, weil ich was Gutes zu essen bekomme, weil ich mir es gut gehen lasse, weil ich wieder ein Jahr älter bin und so weiter und so fort. Du hast sicherlich auch deine Gründe. Andererseits, wenn wir so denken, oder so denkt jeder, das Datum ist der Trigger, wir werden praktisch angetriggert von diesem Datum, dann kriegen wir Bilder in den Kopf geschickt, ob wir es, ja, unbewusst meistens, weil wir können nicht, wir denken zwar ständig, unser Verstand funktioniert ja, unser Bewusstsein, allerdings können wir es nicht die ganze Zeit kontrollieren. Deswegen ist es so wichtig, dass du dir bewusst bist, du denkst in Bildern, also das heißt, du im Thema, zum Thema Geburtstag, du kannst ein Datum zugespielt bekommen, mit dem du dich identifizierst, wo du Spaß dran hast, wo du dich drauf vorhust, zum Beispiel dein Geburtstag, Feiertage, Weihnachten, Wochenenden, weil du damit Bilder assoziierst, wie zum Beispiel Spaß, wie Freizeit, dass du Dinge tust, die dir wirklich Spaß machen, du gehst raus, du triffst Menschen, du isst gut, du bekommst die Aufmerksamkeit auch und bist im Mittelpunkt, an dem Geburtstag speziell. Andersrum wirst du aber auch zur Zielschabe von Negativen, wenn du zum Beispiel, ja, das, nur alleine das Datum 11. November, 11. September hörst, dann denkst du an diese, ja, explodierenden Wolkenkratzer und fühlst wahrscheinlich Trauer. Also darfst du darauf aufpassen, aufmerksam, dich aufmerksam machen und aufpassen, was passiert denn eigentlich in dir, welche Bilder stellst du dir immer wieder vor. Und daher ist es so wichtig, dass du, ja, deine Aufmerksamkeit auf Positives lenkst. Und wie schaffen wir es denn jetzt, in diese Feierlaune zu kommen, weil letztlich kommt es ja darauf an, dich jeden Tag gut zu fühlen und je besser du dich fühlst, desto mehr ziehst du auch Positives an, desto einen größeren Einfluss hast du auch auf deine Umwelt, weil mit dem, was wir denken, was wir fühlen, senden wir ja auch entsprechende Signale an unsere Außenwelt und ziehen auch das an, was wir aussenden. Daher, ja, hier die kurze Liste, was es nötig ist oder was es braucht, um jeden Tag in Feierlaune zu bekommen. Und vielleicht denkst du dir jetzt, der Martin spinnt komplett, du kannst dich nicht jeden Tag so fühlen, wie an deinem Geburtstag, wie an Weihnachten. Das ist kompletter Unsinn. Und ich sage dir, doch, es ist möglich und es kann jeder schaffen. Es gilt nur darum, wirklich sich von morgens bis abends mit positiven Dingen zu beschäftigen, maximal zu positivieren und hier kurz die Anleitung. Am besten, fangen wir bei morgens an, startest du, indem du dir positive Energie zukommen lässt, indem du positive Energie kreierst. Ich nenne nur mal ein Beispiel, was auch das Gegenteil bewirken kann, nämlich negative Energie und Misserfolge, schlechte Erfahrungen, negative Gefühle. Und zwar habe ich in der Zeit lang Basketball gespielt in Paris und unser Trainer, weil wir 60% unserer Spiele verloren haben und eigentlich nicht als Mannschaft funktioniert haben, aus diversen Gründen, weil wir auch keinen Plan hatten, keinen Spielplan, keine Systeme und es war halt einfach ein absolutes Chaos, hat er zu Beginn jedes Spiels fast gesagt, so, Jungs, ihr spielt heute wieder, lasst euch gut gehen, habt Spaß am Spiel, weil wir gewinnen das Spiel sowieso nicht, der Gegner ist viel zu stark. Also, was hat jeder gedacht? Oh, jetzt ist es egal, wir spielen einfach irgendwie Tohu-Wabohu-mäßig, machen sie das, was wir wollen, aber am Ende verlieren wir sowieso. Sprich, was da entstanden ist daraus, ist, dass wir trotzdem, obwohl jeder gewinnen wollte und der kollektive Gedanke war, wir verlieren das Spiel, haben wir aber so gespielt, als wollten wir trotzdem gewinnen und ja, das gab es irgendwie diese kognitive Dissonanz in unseren Köpfen, in unserem kollektiven Teambewusstsein und daher gab es Stress, es gab Ärger, es gab Chaos, es gab Tumult und letztlich haben wir daran trotzdem natürlich verloren, weil das so manifestiert wurde von unserem Coach. Also, wie fängst du an? Das war eine kurze Anekdote. Mach es so, dass du dir gedanklich schon ausmalst, wie du den Tag gestaltest. Indem du gute Musik hörst, indem du dich mit positiver Musik einstellst auf den Tag, indem du dir auch drei Leute ausdenkst, täglich drei verschiedene, wenn es geht, können auch die drei gleichen sein, denen du Nachrichten schickst, denen du deine Dankbarkeit ausdrückst und was du rausschickst, bekommst du auch zurück. Also, wenn du ihnen wirklich wahrhaftig aus dem Herzen deine Dankbarkeit preisgibst, ihnen eine Nachricht schickst, dann bekommst du auch gute Dinge zurück und stärkst dadurch nicht nur deine Beziehungen, sondern positivierst auch dein ganzes Umfeld, deine Familie, deinen Freundeskreis, deinen Bekanntenkreis und die werden jetzt hier sicherlich dankbar sein. Da kannst du dich drauf verlassen. Als zweites, schau doch mal, was du tagsüber machst. Wenn du zum Beispiel mal auch Dinge erlebst, die dir nicht so gut tun, dann stell dir die Frage, wie kann es besser gehen? Wie kann ich jetzt an dieser Situation mehr Spaß haben? Wie kann ich liebevoller damit umgehen? Und ist diese Aktion, die ich gerade mache, überhaupt zielführend? Kleine Anmerker, falls du keine Ziele hast, falls du nicht weißt, was du in deinen Tagen so anstellst, schreib mir gerne per Instagram mit dem Hashtag Ziele eine kurze Nachricht. Und dann kriegst du kostenlos eine kurze Zielanleitung, wie du deine Ziele definierst und wie du auch mit mehr Visualisierung, mit mehr Plan, mit mehr Zuversicht durch dein Leben gehst. Als nächster Punkt wäre das Schenken. Schenk dir was. Schenk dir mehr Zeit. Schenk dir auch eine Puffer. Wenn du deinen Tag planst, wenn du dir Dinge vorstellst, die es zu tun gibt, dann denk groß. Denk nicht so, ich für die eine Tätigkeit, zum Beispiel für Einkaufen, nehm ich mir jetzt nur eine Stunde vor, sondern nimm dir lieber zwei Stunden vor. Und wenn du dann am Ende nur eine Stunde brauchst, dann hast du eine Stunde wieder gewonnen. Das ist so ein bisschen die umgekehrte Psychologie. Und letztlich hast du dann eine Stunde Zeit für dich und sagst, so, eigentlich habe ich den nächsten Punkt erst eine Stunde später vorgenommen. Deswegen hast du mehr Zeit für dich. Also, denk daran, mach das und seh auch alles Neues, heißt Neues Willkommen. Wenn du, ich sage mir, jeden Tag darf ich was Neues lernen. Jeden Tag darf ich mich in eine Situation begeben, die mir ein bisschen Angst macht. Also, stell dir vor, welche Situationen kannst du erleben, welches neue Abenteuer, nenne ich es auch, kannst du eingehen, damit du wieder was dazu lernst, damit du besser wirst, damit du, ja, vom Leben was hast und dich auch mehr traust und dadurch mehr Mut gewinnst, indem du kleine Abenteuer jeden Tag mit einplanst. Und dann zum guten Letzt, zum dritten Punkt, ist natürlich dann der Abend. Der Abend ist dafür da, zu feiern. Deswegen heißt er auch Feierabend. Zu reflektieren, was du denn den ganzen Tag gemacht hast. Und zum Thema Feiern natürlich ist es auch wichtig, dass du schaust, was habe ich erreicht. Wenn es auch nur klitzekleine Erfolge sind, diese Mikroerfolge, dann gib dir zumindest einen Klaps auf die Schulter, stell dich kurz vor den Spiegel und applaudiere dir selbst. Und wenn es größere Erfolge sind, die du dir schon lange geplant hast, zum Beispiel, du hast einen neuen Kunden gewonnen oder du hast dir was Neues zugelegt in einem Auto, du hast dir, ja, was dir schon länger auf deiner To-Do-Liste stand, erreicht hast, dann lass es krachen. Mach eine Flasche Sekt auf, Champagner, wie auch immer, lad Leute ein, teile den Erfolg mit anderen Menschen, das wirkt auch inspirierend. Und du wirst merken, indem du dich feierst, werden andere sich vielleicht auch trauen, sich zu feiern. Und das andere ist auch nochmal diese Reflexion. Schau dir nochmal an, was hat dir den Tag gemacht, was hat dir den Tag gebracht, was hast du gelernt, wie hast du dich gefühlt. Mach auch so eine Gegenüberstellung von Energie, positive, negative Energie. Welche Aktion hat mir eher Positives, positive Gefühle gebracht und welche eher negative. Das ist ganz wichtig, damit du dann auch in den nächsten Tagen, dir dann auch beim Visualisieren, wenn du die Tage planst, und das habe ich lange Zeit nicht gemacht und vergessen und vernachlässigt, weil es nämlich, ja, Planen für mich war der springende Punkt, dass mein Leben besser geworden ist, dass ich mehr vom Leben habe, dass ich mich besser fühle, dass ich gesünder bin, dass es mir einfach besser geht, weil Planen eigentlich gleichzusetzen ist mit Visualisieren. Du stellst dir eine Situation vor, du gehst den Tag durch, du gehst den nächsten Tag durch, du schaust dir, was kann ich verbessern, wie kann ich mich besser fühlen, und versetzt dich schon gedanklich, emotional in diese Situation herein und ich kann wetten mit dir und du kannst gerne kommentieren, ob es so ist oder nicht. Diese Situation trifft dann meistens so ein oder sogar besser, als es dir eigentlich ausgemalt hast. Also, kurz zusammengefasst, übernimm dir die Verantwortung in deinem Leben, indem du den Tag schon so startest, nicht vermiesst durch irgendwelche negativen Nachrichten, durch deine Social Networks, durch Fernsehen, Radio, was auch immer, wo Nachrichten kommen, die meistens negativ sind. Wir wissen alle, dass das Geschäftsmodell ist, negative Nachrichten verbreiten sich, verkaufen sich besser. Deswegen starte den Tag mit Musik, mit dem, was dir gut tut. Denk tagsüber darüber nach, dass du dir auch Pausen gönnst, dass du immer wieder ins Fragenstellen kommst, dass du Geschenke machst, dass du nicht nur selbst ein Geschenk machst, sondern auch dir selbst Geschenke machst für dich und für andere, wollte ich sagen. Und abends, ja, lass dich feiern. Es gibt immer einen Anlass zu feiern. Ich habe mal meine Eltern auch gefragt, die auch ein Vorbild für mich sind in der Hinsicht, die sagen, warum feiert ihr eigentlich täglich? Warum macht ihr jeden Tag eine Flasche Sekt auf? Oder warum trinkt ihr jeden Tag ein Glas Sekt mindestens? Dann sagen sie, wir haben immer einen Anlass. Heute war wieder ein schöner Tag, heute hatten wir Spaß, heute sind wir rausgegangen, haben die Sonne genossen, haben unsere Enkel gesehen. Du kannst immer was finden. Also es gibt keine Ausreden, nicht den Tag zu feiern und besonders zu reflektieren, zu visualisieren, zu planen. Denn darauf kommt es an. Nur wer keinen Plan hat, der geht planlos durchs Leben und lässt sich für einen anderen führen. Dann bleibst du weiterhin in dieser Opferrolle. Es geht darum, deine Gedanken wieder einzusetzen, deine Fantasie und in dieser Fantasiewelt zu leben. Denn irgendwann wird sie Wirklichkeit, wenn du es wirklich von Herzen willst. Und wie schon versprochen, ein kleines Geschenk zum Abschluss. Und zwar ist es ganz simpel. Du bist das Geschenk. Es ist wirklich so. Du bist das Geschenk, das du bis jetzt durchgehalten hast, mit mir, dir es anzuhören. Ich hoffe, du verinnerst dich das. Und schreib gerne als Hashtag in den Kommentar Ich bin ein Geschenk. Schreib es nicht nur in den Hashtag, schreib es dir jeden Tag 10 Mal auf, 5 Mal morgens, 5 Mal abends. Begründe es, warum bist du ein Geschenk? Wie kannst du heute auch ein Geschenk sein? Wenn du es nicht weißt, warum du ein Geschenk bist, dann sag dir auch, wie kann ich es in Zukunft ein Geschenk sein? Für mich, für andere. Und dadurch fühlst du dich besser. Dadurch ziehst du mehr Positives in dein Leben. Und geh damit in Verbindung. Schreib es gerne rein. Auch in ein paar Wochen. Das heißt ja immer, es dauert 21 Tage, bis man Gewohnheiten ändert. Also wenn du dir diese Gewohnheit hier zu Herzen nimmst, anwendest, ich bin ein Geschenk. Schreib es rein. Schreib auch gerne in ein paar Wochen wieder zurück in diesen Kommentar, was es mit dir gemacht hat, ob es dein Leben verbessert hat oder nicht. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich fürs Zuschauen. Danke fürs Mitmachen auch. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann setz gerne ein Like drunter, Daumen hoch, Daumen runter, abonniere meinen Kanal, wenn du mehr von diesen Themen der Persönlichkeits- und Geschäftsentwicklung hören willst. Und setz auch gerne eine Glocke, dann verpasst du in Zukunft kein neues Video mehr von mir. Danke nochmal fürs Zuschauen. Es hat mir Spaß gemacht. Lass dich feiern. Ich feiere noch den restlichen Tag. Alles Gute. Bis dahin. Ciao.